Hey Leute, was geht ab meine Freunde und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch den besten Solo Money Klitsche überhaupt existiert, finde ich. Somit könnt ihr Milliarden Geld machen im Prinzip. No joke Leute, no clickbait, probiert es einfach mal wirklich selber. Ihr werdet nachher nochmal sehen, wie viel Geld ich gemacht habe. Und zwar müsst ihr euch eins vorstellen. Ich nehme ein bestimmtes Fahrzeug pro Fahrzeug. Wenn ich das verkaufe, bekomme ich 3,8 Millionen. Ich will es mir wie letztes Mal wieder, das ist ungefähr 3 Mal kaufen. Und dann bekomme ich diesen Geldbetrag Leute. Diesen Geldbetrag bekomme ich dann, wenn ich alle 3 Fahrzeuge, sag mal alle 2 Stunden verkaufe, dann habe ich diesen Geldbetrag heute Abend noch auf mein Kondo. Deswegen no clickbait im Prinzip. Wichtig ist nur, wenn der Knitsch durchführt. Ihr müsst immer diesen Geldbetrag natürlich besitzen. Seid ihr unerfahren, habt keine Ahnung davon, seid unsicher, dann bitte ich euch wie immer, nehmt was Kleines, was Billiges, wo ihr kaum Geld hergibt. Deswegen macht es am besten. Wenn ihr schon erfahren habt, dann könnt ihr, wie ich, richtig geile Fahrzeuge umsonst holen. Dann ist noch eins wichtig. Ihr dürft keine Fahrzeuge kaufen, wie zum Beispiel ein Terabyte, M.O.C., Adventure, U-Boot und weiß was sich was alles noch gibt und keine Häuser kaufen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ihr dürft nur Sachen kaufen, die man wieder verkaufen kann. Wie zum Beispiel hier, wenn ihr das kauft, habt ihr einen toten Stellplatz. Deswegen bitte nicht kaufen. Gut, dann legen wir auch gleich mal los. Und zwar macht am besten Spawnpunkt. Mach ich immer letzter Ort. Könnt ihr auch ein Gebäude reinmachen, wie ihr möchtet. Dann merkt ihr, kommt die Klamotten. So, unten rechts kommt eine Ladeschnecke. Dann noch eins wichtig ist. Der Klitsch klappt nicht auf Next Gen. Nur auf Ult Gen. Das bedeutet, auf die PS4 könnt ihr mit CD oder ohne CD machen. Schnuppe auf die PS5 habe ich schon mehrmals gezeigt, wie es da funktioniert. Wichtig ist nur, ihr braucht das gleiche, wenn die CD auf die PS5 oder ohne CD. Link in die Videobeschreibung, da zeigt euch das, wie es auf die PS5 funktioniert. Gut, danach tun wir uns natürlich vorbereiten. Auf die PS4 ist es immer etwas einfacher, finde ich. Statt auf die PS5, ihr könnt natürlich auch eine App öffnen, Netflix oder das Internet-Kabel rausziehen. Wie ihr möchtet. Ihr müsst natürlich nur aufpassen, wenn ihr es rauszieht. So, wir gehen hier drauf, auf die PS4 natürlich, Doppel-PS-Taste, nochmal, Bäm, geht viel, viel schneller. Gut, Note, wie gesagt, Kabel rausziehen oder schnell Spotify, Netflix oder sowas ähnliches öffnen. Gut, ich habe euch gewarnt, bitte drauf achten. Ich habe jetzt hier oben mein Geldbetrag, merkt euch das und legen wir einfach mal los. Also, wir öffnen das Handy, gehen auf die Militärseite, gehen etwas nach unten, kaufen das Fahrzeug. Wenn ihr das Fahrzeug kauft, fangt der Klitsch im Prinzip an, ja. Sucht ein leeres Gebäude aus. Umso höher das ist, umso besser, weil ihr habt nur ganz, ganz wenig Zeit. Ja, oder von oben nach unten, nicht in die Mitte gehen. Könnt ihr natürlich machen, deswegen kauft euch dann, wenn, nur ein Auto. Gut, ich schmeiße das jetzt aber wo rein, zum Beispiel hier und jetzt fängt es an. Unten kommt die Ladeschnecke, raus, 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 nach unten und jetzt kaufe ich wieder drei Fahrzeuge schnell. Zack, raus. Wenn unten die Ladeschnecke kommt, habt ihr verkackt. Zwei, drei, Internetkappen, zurück zu GTA, Fehler kommt. X. So, seid ihr gespawnt, sehr, sehr wichtig ist, ihr müsst den Zielmodus ändern. Deswegen Start, Einstellung, Steuerung, nicht freies Ziel und zwar einfach was anderes reinmachen, ungefähr sowas. Danach drückt jetzt Touchpad, Direktromode betreten. Seid ihr angekommen, geht ihr auf Einstellung, macht am besten Hell, danach geht ihr auf Türe, Tiere und sucht jetzt einfach ein Tier, was ihr besitzt, was fliegen kann. Ich würde am Wochenende mal gucken, wie ich alle 28 Tiere wieder finde, weil Rockstar hat mein Video gelöscht oder YouTube eins von beiden. Wenn nicht, schaut bitte auf YouTube und wie gesagt, ihr müsst die Tiere im Singleplayer suchen, nicht in den Online-Modus. So, sucht eins raus, seid ihr gespawnt, Pause, Karte für größern, sucht jetzt eine Autobahn raus, zum Beispiel hier, markieren, Touchpad, Ziel, nach links, seid ihr gespawnt. Also am besten nicht von dem Busch rausfliegen, weil ich bin schon dreimal gestorben. So, jetzt einfach losfliegen und jetzt sucht ihr einfach einen Lastwagen oder ein Auto, ist im Prinzip eine Schnuppe. Ihr müsst nur recht davor gleich was machen und zwar Touchpad geht nach unten. Kurz vor dem Aufprall, spammt ihr X oder A komplett durch. Wartet und jetzt. Ah, das war etwas zu früh. Nein, okay, richtig. Das hier muss bei euch kommen, ja. Wenn es bei euch nicht funktioniert, ihr spawnt mit dem Singleplayer, macht den Schritt nochmal von vorne. Bleibt dran, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr, in den Online-Modus gehen, kann das sein, euch ein Geld wurde abgezogen. Könnte sein. So, wir haben den Zielmodus geändert und jetzt suchen wir ein Bot raus. Okay, das sollte eigentlich nicht bei euch kommen, wir probieren es einfach noch einmal. Und jetzt, sehr wichtig, X, ablehnen, ihr spawnt jetzt mit dem Vogel. Wenn ihr nicht mit dem Vogel spawnt, dann habt ihr auch was falsch gemacht. Wenn ihr doch noch mit dem Charakter spawnt, geht von hier wieder in den Director-Mode und macht alles von vorne. So, Pause, Online. Geht in Online spielen, sucht euch was raus, was ihr möchtet. So. Seid ihr wieder gespawnt in Online-Modus, geht jetzt in dieses Gebäude rein, wo ihr überall Fahrzeuge rein habt. Wichtig ist, ihr müsst alle Fahrzeuge einmal tauschen. So, hier habe ich jetzt zwei Stück. Das heißt, eine andere Tiefgarage müsste jetzt eigentlich die Nummer 3 sein. Tun wir mal kurz einfach ein Auto, kurz runter, auf Ebene 4. Und ja, hier ist sie. Ihr seht jetzt, ich habe drei Stück, habe mein Geldbetrag noch. Und jetzt stellt euch vor, jedes Fahrzeug bekomme ich 3,8 Millionen. Verkaufe ich jetzt alle zwei Stunden. Ein MK2 bekomme ich diesen Geldbetrag. Das ist Not-Klick-Baid. Das ist die Wahrheit, Leute. Ja. Wenn ihr gut seid, vielleicht schafft ihr 5 oder 4. Dann habt ihr diesen Geldbetrag, was ihr dann habt. Und wie gesagt, das war's. Wie gesagt, zum Schluss, ich habe es fast vergessen. Plätze tauschen. Einfach mal. Zack. So. Fertig, ja. Sicherheit, nochmal Klamotten wechseln. Gut, Leute. Haut rein. Ich wünsche euch was. Bis dann. Und tschüss.